ja hallo liebe haken leser und facebook fans wir sind heute hier im tierheim schessinghausen und wollen euch den kater blackjack vorstellen blackjack ist eigentlich ein sehr zutraulicher und verspielter kater ist heute ein bisschen eingeschüchtert das lag sicherlich daran dass er gerade eine impfung hinter sich hat also nicht davon täuschen lassen dass er gerade ein bisschen schüchtern ist blackjack ist jetzt etwa ein halbes jahr alt ist etwa seit drei monaten hier im tierheim schessinghausen und kam mit schweren bis verletzungen ins tierheim die sind mittlerweile komplett ausgeheilt das geht ihm also wieder prächtig jetzt ist es zeit für ihn ein neues zu hause zu finden er versteht sich hier ganz gut mit anderen katzen vertragen es wäre vielleicht auch daher gar nicht so schlecht wenn er einen spielgefährten bekommen würde im alternativ wird es jährlich auch hier im tierheim ein spielgefährten für ihn geben den man mitnehmen könnte ja blackjack ist mittlerweile kastriert geimpft und gechippt ist also bereit hier für den auszug aus dem tierheim interessenten können sich gerne hier ans tierheim wenden und in sich natürlich vor ort anschauen gucken ob die chemie stimmt es wäre also prima wenn es ein tolles zu hause oder liebevolles zu hause vor allem für blackjack geben würde